Jetzt kamen wahrscheinlich die Zombies in der Nacht und haben sie alle kaputt gefressen oder so. Hä, das passiert doch nicht. Ja, das ist aber doof jetzt. Wirklich keiner mehr da. Das ist doch überfallen. Wir müssen uns rächen. Das schreit nach blutdöstiger Rache. Rache, Rasse, Rache, Rasse, Rache. Blutdöstige Rasse? Ja. Du bist auch eine blutdöstige Rasse. Ja. Hä, das finde ich voll scheiße. Das Dorf wurde überrannt. Orks haben angegriffen. Oh nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, da ist noch eine Prinzessin. Lass dich mal herunter. Beeil dich. Mach schneller. Ach, komm dann nicht. Hier, mein Haar, da. Ich lasse es runter. Gitt, sollst du da nicht hinkotzen. Lass das sein. Lass das kotzen. Ja. Hab ich nicht. Okay, komm, bevor die Wirkung wieder vorbei ist, gehen wir wieder zurück. Fünf Minuten. Komm, wir laufen zurück. Ja, das kriegt kein Creeper. Niemals. Selbst die kleinen Mini-Zombies haben Schwierigkeiten wahrscheinlich. Kriegen wir es auch nicht. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen Tropenholz mitnehmen. Oder Fichtenholz. Von wo? Fichten von rechts. Da vom Schneegewied. Komm. Wenn es sein muss. Hier ist ein schwarzes Pferd. Oder das ein braunes. Na? Hot de hue. Hot de hue. Stirb Kuh. Stirb Kartoffel. Nein, Potato. Stirb Kartoffel. Stirb Kartoffel. Komm mal, ich muss mal was essen. Mach das. Ich deft dich. Hinter dir. Tot. Wolfkeeper. Du bist so doof. Ja, ich hab... Er hat mir einfach keinen Schaden gemacht, ne? Ne, weißt du, ich hab das mit Absicht gemacht und hab im letzten Moment das Schwert gezückt und hab ihn weggeschubst und du läufst dem Ding hinterher. Ne, ich hab ihn weggehauen. Du hast ihn nicht getroffen. Dein hat doch Rückstoß, oder nicht? Ja. Ja, aber ich hab ihn getroffen. Aber er ist gar nicht zurückgestoßen worden. Das klar ist er zurückgestoßen worden. Nur ein ganz bisschen. Das war, glaube ich, von meinem Schwert. Oh, ist doch scheißegal. Auf jeden Fall ist er explodiert. Wegen dir. Ja. Warum leuchtet das da eigentlich? Ach, da sind Pumpkins. Cool. Hallo. Du hast die doch dahin gebaut. Als wir zu der Höhlentür der Bi-Hülle-Tour. Ne, das sind was anderes. Obwohl, ne, doch nicht. Das war die Obi-Hüllen-Tour. Ja, die Obi-Hüllen-Tour. Warum sind hier keine Küper? Ich musste eben niesen. Macht ihr nichts, oder? Ne, ne, alles cool. Gut. Ach ja. So, die Smaragden, ne? Die sind jetzt ja voll unnötig gewesen. Ja, absolut. Sammelst du auch schon Holz? Ja. Du hast das natürlich richtig verkackt mit deinen Smaragden, ne? Warum? Ich nehm sie ja wieder mit nach Hause. Ach so. Und dann so tun, als wenn nichts gewesen wäre? Ja. Das kann ich immer ganz gut eigentlich. Verstehe das Problem. Wie viel Holz soll ich denn sammeln, bevor wir wieder zurück dürfen? Weiß ja nicht. Bisschen. Ich sammle ja auch. Nein, ehrlich? Das wusste ich nicht. Ich hab dich nicht gewählt. Ich bin dein König. Das ist mir egal. Boah, jetzt ist da wieder so ein blödes Skelett, du meint mich hier blöd anmachen zu müssen. Ich hasse blöde Skelette. Vor allem, er trifft mich mit seinem scheiß Fall und macht mir ein halbes Herz weg, dank meiner richtig geilen Oberrüstung. Ja, aber die Rüstung geht kaputt, das nervt mich immer. Ich soll meine Rüstung in Ruhe lassen, ey. Ich hab keine Erfahrungspunkte, um die zu reparieren. Es lohnt halt nicht, ne? Also ich hab jetzt 34 Holz. Also ich hab 60. Ja, ganz nach Hause. Auf, auf, nach Hause! Hex, Hex. Wo bist du eigentlich? Du bist da ganz hinten, Alter. Boah, hier, Skelett frisst du mal einen Pfeil? Dann siehst du mal, wie das ist. Was hast du gesagt? Bin ich alt? Hab ich auch nicht gesagt. Bist du weit weg? Alter. Digga. YOLO. Zweck, YOLO, Hipster. Zweck, YOLO, Hipster. Heul. Boah, Alter, prügelt euch doch mit wem anders. Lasst mich doch in Ruhe hier. Sag ich nicht. Voll Idioten. Ich esse jetzt erstmal ein Brot. Auf den Schock erstmal ein Brot? So, wie viel Geschwindigkeit habe ich denn noch? Noch eine Minute, ich gebe jetzt Gas nach Hause. Weißt du, wo es lang geht, ja, ne? Kriegst du hin. Wenn nicht, ich habe hier mein ultrageiles Schwert. Und, äh, meine ultrageile Rüstung. Dü, dü, dü. Der liebe kleine Barretts möchte im Kinderparadies abgeholt werden. Dü, dü, dü. Der kleine, fick dich, du Schlampe, ich sag dir meinen Namen. Ich möchte aus dem Kindergarten abgeholt werden. Du bist nicht meine Mutter. Der kleine, du bist nicht meine Mutter, möchte bitte aus dem Kindergarten abgeholt werden. Aus dem Kindergarten? Oder aus dem Kinderparadies. Ja. Ich fand die Kinderparadiese von Wallach. Oder, ne, äh, Ikea? Ne, Wallach. Keine Ahnung, fand ich voll geil. Ikea, ne? So, egal. Ich habe das immer früher voll geil gemacht. Ihr Mega-Boilerei, Alter, ohne Spaß. Hm, ich war alle kaputt. Boah, richtig Boilerei hier. Boah, ich bin wieder zu Hause übrigens. Ich noch nicht. Ich habe gerade Boilerei gehabt. Hier bei Ecke. Nein, ehrlich, ist mir gar nicht. Ja, bei Ecke. Boilerei. Boilerei. Wo ist ein Mini-Zombie? Uh. Fang mich doch, fang mich doch, fang mich doch, fang mich doch. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Fichtenholz, ey. Fang mich doch. Das Maragde kommen auch erstmal wieder weg. Wow. Spinnenaugen habe ich bestimmt. Enderpellen habe ich nicht. Es nervt immer zu fliehen, wenn ich nicht weiß, wo ich hinlaufen kann, weil die Welt sich einfach nicht aufbaut. Netherwreck. Guck, ich mache hier auch die Ziele mal rein. So, ich sehe aber schon die unglaublich geile Mauer, die noch nicht ansatzweise fertig ist. Ja, aber die sieht trotzdem schon mal geil aus, finde ich. Boah, geil. Euch mache ich kaputt, aber vorher esse ich was. Weise Entscheidung. Oh, komm ruhig her. So, jetzt kann ich, glaube ich, runter. Wolle. Habe ich Faden? Bestimmt. Habe ich Knochen? Bestimmt. Habe ich Grünzeug? Bestimmt. Komm ruhig ran. Bestimmt. Habe ich Leder? Komm ruhig ran. Leder, Leder, Leder. Die Dinger kann ich auch wegschmeißen eigentlich, aber ich lasse es mal. Oh, eh kein Mensch. Großes Rinderfilet habe ich. Boah, hier steht ein Zombie vor der Tür. Darfst du das? Ein Endermann, ein Endermann. den man gar nicht ändern kann. Ich habe dich hier alle weggefickt. Allesamt. Was ist hier wieder mit dem Weg passiert? Ist wieder alles runtergekloppt, ne? Ja. So, bist du jetzt wieder zu Hause? Ich bin wieder zu Hause. Schön, dann machen wir jetzt eine Aufnahmepause. Hast du keinen Bock mehr, oder was? Nö. Keinen Bock mehr auf die Scheiße. Immer so eine Scheiße. Schreibst du mir heimlich mal bei Whatsapp. Mach mal eine Aufnahmepause. Sag mal eine Aufnahmepause. Ich dir? Wenn ich das mal sagen muss, ne? Ja, stimmt. Oh, ne. Bist du ja auch der Uncoole hier. Der Barretz traut sich immer nicht. Ne, stimmt. So, wo bist du? Im Lager. So, dann, liebe Freunde. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es... Ja, wenn es heißt. Wenn es heißt, äh, richtig cool, äh, Barretz. Und Kürz. Neue Tränke brauen. Neue Tränke brauen. Und, äh. Ja, komm, red du. Dann red du halt. Also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren. Bei Let's Play Minecraft. Ich, äh, möchte mich verabschieden. Ich bin euer Barretz. Das ist der liebe Kürz. Und, äh, auf Wiederhören. Ciao.